Herzlich willkommen in der Asklepios Klinik Lich. Unser Wunsch ist es, dass Sie sich in unserem Haus wohlfühlen und als Patientin oder Patient in guten Händen wissen. Wir sind der kompetente und persönliche Ansprechpartner für Ihre Gesundheit. Wir bieten eine exzellente Versorgung, zugeschnitten auf die Bedürfnisse der Patienten. Bei uns bekommen Sie individualisierte Spitzenmedizin, belegt durch beste medizinische Ergebnisse. Als leistungsstarke Akutklinik versorgen wir Patienten mit Erkrankungen aller Teilgebiete der inneren Medizin. Über hohe Erfahrungswerte verfügen wir insbesondere bei Krankheitsbildern des Magen- und Darmtraktes, des Herz- und Gefäßsystems, der Lunge und der Nieren, sowie bei Patienten mit Krebs-, Infektions- und Stoffwechselerkrankungen. Als Notfallstandort des Landes Hessen ist unsere Klinik auf die Behandlung von komplexen Krankheitsbildern spezialisiert. Die patientengerechte Diagnostik und Therapie beinhaltet modernste Untersuchungsmethoden und interdisziplinäre Therapiekonzepte. Die Gastroenterologie bildet einen Schwerpunkt unserer Abteilung für innere Medizin. Hier werden Erkrankungen des Magen-Darmtraktes, der Leber, der Bauchspeicheldrüse und der Gallenblase einschließlich der Tumorerkrankungen behandelt. Wir verfügen über eine hochmoderne Endoskopieabteilung. Neben Magen-, Darm- und Lungenspiegelungen können endoskopische Untersuchungen der Gallenwege und der Bauchspeicheldrüse durchgeführt werden. Mit der Kapselendoskopie wird der ganze Dünndarm untersucht. Die Endosonographie ermöglicht den Ultraschall von innen. Bei der therapeutischen Endoskopie können wir Polypen des Darms abtragen, Steine in den Gallenwegen entfernen und Blutungen stillen. Engstellen von Magen-, Darm- und Gallenwegen können mit Stents überbrückt und offen gehalten werden. Gemeinsam mit der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie betreuen wir abteilungsübergreifend Patientinnen und Patienten mit Krebserkrankungen des Magen- und Darmtraktes. Durch diese enge Zusammenarbeit in Form von regelmäßigen gemeinsamen Visiten und den Tumorkonferenzen sichern wir den Betroffenen den bestmöglichen Behandlungserfolg. Bei akuten Erkrankungen des Bauchraums werden unsere Patienten bereits bei der Aufnahme in unserem Haus durch ein Team aus Gastroenterologen und Viszeralchirurgen betreut, um schnellstmöglich auf Basis einer gesicherten Diagnose die richtige Behandlung einleiten zu können. Auf unserer interdisziplinären Intensivstation verfügen wir über eine hervorragende apparative Ausstattung zur Betreuung kritisch Kranker. Trotz zunehmender Spezialisierung und Technisierung in der Diagnostik und Therapie steht für uns die persönliche Zuwendung zu unseren Patienten im Mittelpunkt. Es ist uns ein ganz besonderes Anliegen, die Patienten während der Behandlung bei uns ausgiebig zu informieren und zu beraten, um sie so aktiv in den Gesundungsprozess einzubeziehen. Welche Beschwerden Sie auch zu uns führen, gemeinsam tun wir in der Klinik für Innere Medizin alles, um sie bestmöglich zu versorgen und zu betreuen. Herzlich Willkommen bei Asklepios. Herzlich Willkommen in Lich. Herzlich Willkommen bei Asklepios.